Hallo meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zurück zu Murdered Soul Suspect. Wir sind hier wieder am Start und das Ding ist, ich weiß eigentlich was wir machen müssen. Kommen wir nicht von da hinten? Nein, das ist falsch. Okay, das heißt wir müssen doch hier lang. Lol. Alles klar, erstmal wieder reinkommen. Alles klar, das funktioniert nicht. Geil. Wie geil ist das denn? Da wollte ich da echt lang gehen und dann... Ja, nice. GG sage ich dann wozu. Hala, was ist jetzt hier los? So, so, so. Hala. Ich weiß jetzt schon, dass gleich wieder irgendwas dann passiert. Oh, dass ich es nicht schaffen werde, diese scheiß Dämonen auszulöschen. Ah, das... Ach ja, stimmt. Hier war das, rechts. Und dann glaube ich war es sogar... Ah, nee, dann was links. Und dann glaube ich aber nochmal rechts, oder? Ja. Na. Und da sind die Dämonen. So, genau hier waren wir. Das letzte Mal. Also, ich weiß nicht, ob es schlau ist, sogar den zuerst zu töten. Bin ich mal ganz ehrlich. Wir müssen die töten. Das ist ja leider das Ding. Und ich bin echt nicht so gut darin. Musste man leider sagen. Also, wenn er sich jetzt umdreht, ist keiner im Sichtfeld. Das heißt, dann müsste ich halt mit da stehen, er drücken, schnell zurück. Und es schaffen natürlich. Aber geil, ich bin jetzt schon einmal in dieser Session gestorben. Auch geil. Hier dürften die mich ja eigentlich nicht sehen, stimmt's? Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Guck mal, wie das da hinten aussieht. Ich warte mal noch. Ich fange jetzt mal mit dem hier vorne aber an. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust. Ich habe jetzt schon keine Lust, ey. Vor allem diese Musik. Meine Hände verkrampfen sich auch schon wieder. Man kennt's. Ich weiß nicht. Ist das jetzt? Wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen? Ich kann das schlecht einschätzen. Ich kann das echt schlecht einschätzen. Tut mir leid, dass es echt so lange dauert. Der geht mir dann viel zu schnell in die Richtung. Meine Hände verkrampfen sich echt halt schon wieder. Oder ist es schlauer? Doch den. Also entweder den oder den. Den mittleren kann man unmöglich angreifen. So, pass auf. Komm hier zu mir. So. Und wenn, ohne Witz. Und wenn er jetzt gleich einfach in die andere Richtung geht. Okay, der muss aber so ein bisschen weiter noch hierher kommen. Dann gehe ich raus und versuch's. Geh da hinten weg. Geh da hinten weg. Geh da hinten weg. Mann. Ja. Ja. Mann. Ey, das ist doch zum Kotzen hier. Das ist echt zum Kotzen. Ich weiß auch nicht, wohin. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, wohin es geht. Oh, Mann, ey. Vielleicht wirklich einfach machen. Eher gedrückt halten. Okay. Sonst kommt er wieder zu mir. Ja. Nein, ich... Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich muss ja rechtsklick drücken. Oh, Junge, ey. Ja. Oh, Mann. Das wird eine lange Folge. Das tut mir leid. Mann, ey. Das ist hier ein ätzendes Level. Ansonsten würde ich jetzt halt einfach hier durchrennen. Irgendwo. Aber das Ding ist halt... Ich weiß nicht, wohin. Das ist ja auch das Problem. Ich weiß nicht, wohin es geht. Hi. Na, dann mach ich das jetzt nicht. Jetzt dürfte der aber jetzt gleich nochmal zu mir kommen. Genau. Und dann sofort rechtsklickt. Da, dir rechts... Alter... Mann. Was ist denn los mit mir? Ich drück die falschen Knöpfe, ey. Oh, mein Gott, ey. Ich hab... Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf dieses Level. Kann man das irgendwie überspringen? Oh, Mann. Okay. Den anzugreifen wäre mal richtig dumm. Ja, komm. Ja, komm. Wäre das richtig jetzt gewesen, so? Oh, Mann. Ich will nicht. Mann, ey. Mein Handy piept hier. Was ist denn jetzt los hier? Lass mich in Ruhe, Handy. Oh, Mann. Ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nennen werde, ey. So, passt das, Tue. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Schläck mich am Arsch. Okay. 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 Wir sind da hinten hin. Ähm. Eine Nase, ja. Ach. Was ist jetzt schlau? Da ist ein Rabe. Den können wir anlocken. Oh, falsche Taste. Wie kann man das jetzt lösen? Ich habe den einen jetzt geschafft. Endlich. Endlich. So. So. Wie löst man das jetzt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wie löst man das jetzt? Von hier anzugreifen ist eigentlich mega dumm. Oder. Oder. Da hinten. Da ist ein Tor. Da müssen wir glaube ich hin. Okay. Wie macht man das? Das. Also den eigentlich zu töten wäre dumm. Gebe ich ganz ehrlich zu, weil der andere ist da im Fokus. Das heißt eigentlich muss man zuerst. Ah nein, meine Maushalte. Heute bin ich irgendwie, keine Ahnung, was mit der Maus, ey. Ey. Ich bin nervös. Vielleicht liegt es daran. Das ist ja nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, da zu erledigen. Der andere ist ja immer noch umgedreht. Boah. Wie mache ich das jetzt, Leute? Jetzt. Jetzt wünsche ich mir gerade, dass das ein Livestream wäre. Jetzt wünsche ich mir gerade, dass das ein Livestream wäre. Ich hätte da eine Idee. Das ist aber echt hart. Die Idee könnte klappen. Weil der da hinten ist dumm. Ja. Der hier lauert. Ich hab... Ey. Ich hab so Schiss. Ich denke, ihr wisst, was ich vorhabe. Ich muss... Ich muss ja auch weiterkommen. Ich kann mich ja jetzt nicht hier zehn Minuten lang noch weiter verstecken. nur ich finde das echt behindert, einfach nur mit den Dämonen. So. Leuchtet mich an. Leuchtet mich an. Guckt in die andere Richtung. Okay. Du gehst jetzt in die Richtung. Der guckt jetzt noch so in unsere... Okay. Jetzt dritt der sich um. Jetzt der vordere. Geht jetzt nach links wieder. Ich muss jetzt erstmal beobachten. Und der da hinten bleibt. Nee, okay. Boah. Ernsthaft. Jetzt dann den blöden Abstand. Ja, guck nicht so. Ronin. Mann. Ey, das ist behindert. Das ist einfach nur behindert. Was soll ich denn machen? Ich glaube, da geht es weiter. Ey, was soll ich denn machen? Hm. Was soll ich machen? Ganz im Ernst, Leute. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Das ist halt echt das Ding. Ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Ich weiß es einfach nicht. Wie löst man genau das jetzt schlau? Wenn ich jetzt hingegangen bin, das macht keinen Sinn. Mein Gott. Ich will doch nur weiter kommen. Und nicht sterben. Versteht ihr? Ich will auch nicht sterben. Wisst ihr den ein? Da muss ich ja auch erstmal so Tasten gucken. Okay, links, rechts und dann schnell WASD gedrückt. Aber... Weil das Ding ist, warum muss der Vogel so weit weg sein? Wie soll ich den aktivieren? Wie? Ey, ich bin, ich bin grad hier echt hilflos und ratlos. Beides. Warum kann der Vogel nicht etwas näher sein? Dann könnte ich ihn aktivieren. Der geht dahin und dann versuche ich den zu erledigen. Oder während der dann dahin guckt... Boah, das wär jetzt ein perfekter Zeitpunkt gewesen. Okay, den müssen wir uns merken. Diesen Zeitpunkt müssen wir uns merken. Wo der hier vorne so schräg geht. Was? Ach, Mann. Ey, das regt mich richtig auf. Ey, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Ich will ja weitermachen. Ich will ja weiterkommen. Natürlich. Ist das wieder der gleiche Zeitpunkt? Ja, glaube ich. Ich muss halt einen Schluck trinken, ey. Ich muss halt einen Schluck trinken. Holy Shit. Und da können wir jetzt eigentlich jederzeit hin. Da warten wir nur, bis der sich umdreht. Dann gehen wir dahin, weil der ist lange umgedreht. Boah, Junge, ey. Alter, hat das jetzt aber auch gedauert, Mann. Guckt ihr uns grad an. Ne, der ist umgedreht. Wenn er zurückgeht wieder, dann löse ich mich auf. Und zum Glück ist es jetzt nur einer. Ich sag mal, einer kann mir wenig anhaben. Also klar, der kann mich auch töten, aber... Komm, 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 komm. Ja! Ja, Leute, ich hab's geschafft! Endlich! Holy Shit! Alter, leck mich doch am Arsch! Oh, endlich! Alter, leck mich doch am Arsch! Ich sag mal, ich sag mal, ich hab'